Die Regeln sind einfach. Wir stellen euch eine Frage und wenn ihr sie beantworten könnt, drückt ihr auf den Buzzer. Schön, dass wir das geklärt haben. Dann mal los! Nenne drei Dinge, für die man Eis braucht. Nö. Cocktails, Schildschuhlaufen, Regenstiefel. Was sind Regenstiefel? Das war so ein Wort in meinem Kopf. Können wir noch mal? Nenne drei haarige Dinge. Nö. Hunde, Katzen, Mäuse? Wow. Wow, okay, okay. Easy. Nenne drei Weihnachtsdekorationen. Nö. Zuckerstangen, Kugeln, Baum. Zahn, Zahnbaum. Zahnbaum. Nenne drei Dinge, die man am Strand machen kann. Schwimmen, Schlafen, Lesen. Nenne drei Suppen. Nö. Oh, Suppe? Nein, wie heißt die in echt? Oh, Mann. Hier, wie heißt die denn? Linsensuppe. Kartoffelsuppe. Hühnersuppe. Hühnersuppe und du, ihr beide habt mich irgendwie inspiriert. Nenne drei Dinge, die vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Sonnencreme, Sonnenbrille und ne Jacke. Nenne drei Tiere, die auf zwei Beinen laufen. Ich habe auch noch eins. Ich habe auch noch eins. Spatzen, Flamingos. Lidus ist geschummelt. Nenne drei Desserts. Nö. Foco-Pudding. Vanille-Pudding. Vanille-Pudding. Tiramisu. Ja. Schokolade. Und jetzt habe ich Hunger. Nenne drei Dinge, die man nach dem Aufwachen machen kann. Nö. Wieder einschlafen. Drei. Schnell. Zähneputzen. Gähnen. Kaffee trinken. In der Reihenfolge. Nenne drei Gründe, um laut zu sprechen. Schauspielerin sein. Regisseurin sein. Und Tonmeisterin sein. Aufnahmeleiterin sein. Ja. Nenne drei Dinge, die im Wasser schwimmen. Fett. Wieder Enten. Enten, Fett und Plastikflaschen. Aber gut, dass ihr intim seid auch. Leonie haut drauf, nennst immer nur eine Sache. Ja. Du machst alles fertig. Wir unterstützen uns dagegen. Na klar. Nenne drei Unternehmungen nach der Arbeit. Nö. P***. Was ist mit euch los? Ja, komm, nächste Frage. Nenne drei Dinge, die du im Sommer tragen kannst. Nö. Bikini. Kurze Hose. Kleid. Nenne drei Dinge, die man mit einem Messer machen kann. Butter aufs Brot schmieren. Nutella aufs Brot schmieren. Und Marmelade aufs Brot schmieren. Obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist. Man muss es eigentlich mit dem Löffel aus dem Glas nehmen. Und dann auch Brot. Isst du Nutella mit oder ohne Butter? Ohne Hand. Also ich finde auch, wenn die Butter schmilzt und dann die Nutella... Das ist geil. Der, die, das Nutella. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt angelangt. Das Nutella. Der, die, die, das Nutella. Das Nutella. Da Tannenbaum. Nenne drei Sounds. Äh. Oh, ah. Äh. I, ah. Nenne drei Verabschiedungen. Bye. Tschö mit Öl. Ciao, Kakao. See you later, Alligator. Alligator. In a wild Crocodile. San Francisco. Tschüssikowski. Abonniert uns doch auf Facebook. Abonniert uns auf Facebook. Oder Instagram. Also macht doch... Kruschelt uns doch mal. Aktiviert die Glocke. Und dann ist es noch einmal? Äh. Muss ich jetzt verschiedene machen? Ja, machen wir einfach mal ein paar. Okay. Mäu. Tschüü. Brumm. Ding, 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 ding. Brr. Tss. Mä. Hihihi. Wuh. Es. Mäu. 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 ARD Text im Auftrag von Funk